Wie erkennt ihr eine Fake Praterjacke? Ich zeige euch heute ganz einfach, wie ihr eine originale Praterjacke von einer gefälschten unterscheiden könnt. Erstmal könnt ihr abstimmen, links oder rechts, was ist Fake? Und jetzt geht's los. Ganz wichtig als erstes das Logo. Hier geht's vor allen Dingen um die Nähte, wie die verarbeitet sind, wie groß der Abstand auch zu der Platte, zu diesem Metallplakett ist, wie die Nieten an den Rändern gesetzt sind, ob die zu dick sind, zu dünn, ob die kreisrund sind, etwas flach und ja, das kann man ja gut erkennen. Und zuletzt die Schrift, ob die sauber und fein ist oder ineinander überläuft. Dann die Zipper, links haben wir den originalen, rechts den gefälschten, sieht man auch einen klaren Unterschied. Und am wichtigsten das Etikett. Hier fehlt zum Beispiel beim gefälschten komplett das Etikett unten, zu dem merkt man es auch an dem Material, an dem was draufgeschrieben ist. Hier haben wir die originale Jacke nochmal und hier die gefälschte.